Und damit herzlich willkommen zurück zu COD WW2. Die Aufnahme stammt aus dem Stream, deswegen nicht nur, dass keine Anmod dabei ist und kein Tschüss und so weiter und so fort, aber ich hoffe, ihr habt Spaß und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss. Alter, hast du mich jetzt doppelt? Hast du mich jetzt doppelt? Und jetzt? Nein. Ah, ich hab die... Der hat die wieder umgeändert, oder? Oh, ich hab's ausgestellt. Jo. Drei, zwei, eins, Kanade! Kann es nicht. Gut. Ah, von links. Juni, Alex, los, zu Charly. Charly? Ich hab doch gestunt. Holy fuck. Alles gut, Mann. Die ersten sechs Mal muss man sterben und dann kann man loslegen. Okay. Hallo, Thomas. Eins, zwei, drei, Granate! Frachttaste aktivieren. Warum soll ich das denn aktivieren? Ja, mach aktivieren, das darfst du Dauer sein. Granate! Aua. Ja, jetzt ist's weg. Warum? Du Quatsch. Oh, da war ein Zweier bei C. Komm mir lieber bei B erstmal. Musst du Tork auch anmachen hier. Loll, ey. Oh Gott, raten! Was liegt denn der da irgendwo im Ding? Boah, das COD ist da, hinschmeißen. Was ist denn? Alter, warum ist denn meine Maus am Anfang so langsam und dann zieht die auf einmal komplett durch? Der hat Feuer an. Das ist Konsolensteuerung bei mir? Hast du einen Controller drin? Hast du Bewegungssteuerung? Ja, aber das ist... Du musst den Controller rausnehmen, dann hast du Auto-Aim dran. Ich hake Charlie nicht mehr. Ich hab den Controller gar nicht drin. Lüge. Ei! Nicht, 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 pui pui. Ich bin abgefuckt, aber wir haben es auch noch eingenommen. Wir brechen ihnen das Rückgrat, das ist natürlich eine nette Aussicht. Ja, ich hab da mal eine Aufklärung. Oh, lol! Da steht noch einer. Habt dich gerecht. Dem Ice in the Sky. Nice. Loi. Biblio! War das damals so mit Aufklärungsdrohnen? Oh, shit! Ja, klar. Dankeschön, Thomas, für deine Schuhe. Alter, wer ist denn dieser Depp da? In der Bibliothek ist dann Shotgun-Heinzeh. Wenn ja, dann pass auf dein Donation-Ziel auf. Ja, ja. Äh, kaputt! Oh, Gleitbombe. Oh, Steepbeschuss. Was ist denn eine Gleitbombe? Kommt der Maus nicht hinterher? Was ist denn das? Das gibt's doch nicht. Boah, bei C sind drei auf fünf Leute oder so. Bei A ist einer, ja. Oh, Granaten und alles. Ist tot. Ich bin tot. Noch einer, ja. Der Stream laggt. Achtung, Molly! Ähm, der hat bei mir laggt nicht. Und ich hab keine Frame-Einbrüche. Das heißt, das muss an deiner Leitung liegen. Kommt der denn her? Es ist wirklich nichts. Bei mir laggt gar nichts. Was? Erzähl mir doch nicht. Was macht der denn? Auf der Stream lag. Das war ne volle Hase, ey. Ähm, Flotte. Wie lang springst du jetzt schon? Bitte? Wie lang springst du jetzt schon? Was? Weiß ich nicht. Eine halbe Stunde vielleicht. Nein, in gemein. Ein Jahr? Zwei Jahre? Drei Jahre? Drei Jahre. Insgesamt zwei. Du taust den Schein der von dir auf der Karte aufwünsch. Ist dir noch nie aufgefallen? Dass es nie an die anderen liegt. Bitte? Achso, ja, doch. Doch, doch. Eins, zwei, drei, Granate! Bei mir laggt gar nichts. Und ein Kill. Ich hab eigentlich keine Granaten. Ich hab heute Mittag echt vor das Spiel gestartet, um ein komplettes Spiel zu umzustellen. Könnt ihr mal ein bisschen weniger schreien? Nein! Alle durch die Lander gequatschen hier. Das kann man sich gar nicht anhören. Ach, lol. Das ist ein Gegner. Bei Baker. Wer koordiniert spielen? Baker Street. Ah, so. Blocker Cam oben rechts nicht links. Minuten reiß halt deine Schnude. Nee, oben links über die Karte. Damit kein Stream-Sniper verkommen. Ich lass dich oben links bis zur nächsten Runde, weil ich möchte nicht mit drin... Dann lass dich oben links, damit sie alle beschweren. Wir müssen mal lernen, dass sie die Karte nicht sehen müssen. Ja, außer Stream-Snipen, ne? Da braucht man natürlich die Karte. In COD Stream-Snipen, da stirbst du ja die ganze Zeit, ey. Ah, da ist ein Sniper. Ei! Guck. Bei C ist gegenüber der Straßenstelle. Ja, bei B ist auf der anderen Seite auch noch ein Sniper, der ist aber halbtot gerade. Eins, zwei, drei, Granate! Granate! Renate! Renate! Agathe Bauer! Agathe Bauer! Agathe Bauer! Wer schreit hier? Nicht in Caps schreiben! Hallo Kevin! Ah, was? Aua! Das tut Schmerz! Camp oben rechts! Mauerlein! In der Bibliothek. Camp ist ja... Hab dich gerecht. Danke. Ja, lol. Mal ohne Mist, ich komm mit der Maus nicht klar. Alter, Minutenreiß. Man merkt manchmal echt, dass du 16 Jahre alt bist. Das ist kein... Ähm... Böser... Ich komm echt mit der Maus nicht klar. Du kannst umstellen, dass du, wenn du angesehenst, dass es nicht anders ist. Ich mach des gleich. In der Reichstag ist ein Sniper. Ja, aber selbst so ist es ja... Ich... 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 Ich bewege meine Maus und... Wenn ich die gleichmäßig bewege, fängt der auf einmal nach zwei Sekunden an, sich komplett zu drehen. Da... Achso. Dann hast du mal Acceleration an. Das ist cool. Oh, das die was? Oh, ja. Das ist... Mausbeschleunigung ist da an. Achso. Ja, ja, ja. Komm, komm. Es ist alles deaktiviert. Komm schon. Komm da durch. Komm noch durch. Stell mal... Hast du... Voll mit Fenster? Oh, bei C. Ich bin voll mit Fenster. Okay. Ich mach die Cam gleich in die Mitte. Genau. Ich mach die Cam gleich genau in die Mitte. Immer so schön über alles drüber. Wer sind das? Ah, Maru. Ich? Mit der Pamper. Da kommt gern mein Molli hier rein. Mir wäre es lieber ohne Cam. Schnauze Maxime Fly. Komm mal Molli. Kommt da jetzt? Kommt da? Kommt da? Das ist mir zu hektisch zu Sonntagsschillen. Alles klar. Ciao, Vita. Da kommt er grad. Da wär mein Molli gewesen. Da wär mein Molli gewesen. In Caps... In Caps zu schreiben... Wie Caps? Ich schreibe nicht. In Caps ist so ungefähr das... Dämlichste, was man machen kann. Ja. Aber hey. Ein Caps und ein Schäbel. Lol. Geschniepert. Ja. Enemies auf A-Bot. Dad aufs Maul bekommen. Drei. Zwei. Ein. Granale. Kill. Granale. Kill. Ich bin Fincai auf A. Ich bin auf B, aber ich hab Angst. Ich versteh's nicht, was diese Maus ist. Leute, ich bewege jetzt die gleichmäßig, okay? Zwischendrin boosten, der so ist. Er fängt an. Alters, mach den mal weg irgendwie. Ah! Hört ihr den doch mal? Bei zwei bei B. Ich hab keine A-P. Ich hab keine A-P. Der wangst, der wangst. Oh nein. Einer ist auch low. Bitte tu sowas nicht. Ja, der hat zuerst geschossen. Wofür im Fenster? Hier lang. Am Schäbel sind's hier. Oh, da ist ein Sniper. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Aber du darfst doch gerne hinzuschreiben. Mit OBS ist das tatsächlich nicht flüssig, das Spiel. Ah, nicht ganz. Also ich hab kein Problem. Sniper sind bei A, bei B. Überall Sniper. Hab ich ja gesagt. Falls B ist einer fest, hab ich gesagt. Mann Alex! Du hättest doch mal warnen können, dass da einer ist. Okay, die Nate liegt super. Nuss mal deine Kills. Bin die wird gesprengt. Hab ich gut gemacht. Und welche Kills. Wie geil. Ich weiß gar nicht, wie man diesen Spiel eine Kills. Ich weiß gar nicht, wie man diesen Spiel eine Kills. Ich weiß gar nicht, wie man diesen Spiel eine Kills. Ja, schön. Ich hab überhaupt Nagel getroffen. Alter! Da läuft einer mit Able eingenommen. Doch mit F oder so. Mit V. Ne, mit Q. Mit Q? Mit Q ist Nahkampfangriff, glaub ich. Hm. Ich hab kurz Able getappt. Sie müssen uns zurücktappen. Aua! Dieser Mark, der ist nicht sauber. Der ist auch nicht. Ach, wir wissen nur, der Sniper ist nicht so schlimm. Die können sich nicht schieben. Rück 4 für rechts oben. Okay, sie ist nur daneben. Maru brennt ein bisschen. Genutzt hab ich sie immerhin? Ja, aber ich sterfe an ihren Feuer. Okay, komm, ihr habt dem ja volle Breitseite gegeben. Das ist ja die volle Verarsche. Versteht? Die Piste von den Sniper sind ja der größte Witz, oder? Nehmt mal B ein. Wornshot, weil egal. Da kommt einer jetzt. Ich bin bei B. Da kommt einer. Da kommt einer. Ich weiß. Ich hab eine Strohflinte. Ich kann ja nichts machen. Du hast selber eine Strohflinte. Da ist noch ein Schotker bei B und noch ein Schotker bei B. Und noch ein Schotker bei B. Wir nehmen das ein. Ja. Auto, komm! Wir versuchen grad. Und der Shotgun. Das ist... Holy fuck, was war das? Das ist so nützlich. Ich musste erst... Stacken. Bei C kommen sie jetzt gleich. Ich hab Feuermunition rein. Steffen. Und das ist so lustig, wie man hier einfach dauernd stirbt und wieder rein geht und wieder stirbt und wieder reingeht. Boah. Ich hab... Ich hab Drono und Vorsicht. Alter. Alter. Kommen sie B. Ey Leute, kann das kurz einer googeln bei mir im Chat. Bitte, was das hier für ne Scheiße ist mit der Maus. Oho. Hier ist das nur Care Package. Keine Sorge. Aber das kann sie nicht zu tun sein. Links, links, links. Arsch! Gut. Ich hasse... Ganz ehrlich, ich hasse Shotgun, aber es ist einfach so OP. Kannst du ihm? Bist du nicht okay? Nein, nein, nein. Au, au. Nein, nein. Au, au. Wo war das? Auf der anderen Seite. Sag doch. Ich weiß es doch nicht. Ohne Scheiße, ich würd mich gleich weg und mach hier 5 Minuten hast hier gerade bei Ja, das spiel ich doch so mit der Scheiß-Brand-Mony. Alter, schaut auf. Das ist ne Beta, ne? Ja, auf B, äh, gegenüber von B ist ein Sniper. Zwei Sniper gegenüber von B. Ja. Und ein Shotgun auf B. Hab ich. Ich hab gleich keine Munition. Hat jemand Munition für mich? Oh nein. Nein. Noch nicht. Jetzt glaub ich gleich auch keine mehr. Ich kann gleich nicht mehr nachladen. Ja, super. Kannst du nicht mehr Nails werfen. Den hab ich sauber gemacht. Oh, lol. Jetzt hab ich keine Muni mehr. Pistole. Warum hat die Nails denn gerade irgendwas getroffen? Oh Gott. Äh, vier Linden von B. Vier Linden von B. Ah, scheiße. Ja, ich bin down. Ja. Maru killt heute viel weg hier. Der trainiert heimlich. Äh, auf B sind drei Leute. Kapuze ist leider gestorben. Wer ist Kapuze? Es gibt doch gar kein Bobo hier, oder? Nö. Geh komm. Such die Rauch. Baba. Ach, scheiße. Ich hab Radar und es gibt Perks mit denen du schnell rauchkaufen kannst. Also, markier Chris. Was? Du wirst markiert durch, du wirst durch den Rauch markiert. Du wirst dann so ein, ähm, der Name übern Kopf. Aua. Aua. Nein, du brauch. Da ist einer in den Aufzug gepackt. Ja, hab ich gekillt. Ja, hab ich auch nicht gesehen. Da kannst du reinlaufen in den Aufzug. Äh, von der anderen Seite könnte was kommen. Ich krieg irgendwo Sniper-Shots her. Auf B eine Strohschlitte. Hab ich. Das B kommt gerade viel rein. Ja, die war schon mal B. Also, C ist 3. Da steht die noch hinter. Ja, ne. Sniper da bitte. Oh Gott. Steh den ja. Dann wird das, ne hab ich noch nicht geschützt. Das ist als wäre Controllerbeschleunigung an, Leute. Ohne Scheiß. Ja, dieses Controller, dass wenn du lange den Ding drückt hältst, den Stick nach rechts, dass du dich ein bisschen schneller drehst. Oh ja. Das ist als wäre Controllerbeschleunigung an, Leute. Die haben wieder weiter beschleunigt. 3 HP wieder. Das bedeutet, wenn du kurz drüber ziehst, dann hast du keine 1 zu 1 Übersetzung, sondern die ersten zwei Sekunden geht dann in eine Richtung und danach einen kompletten 360. Ich dreh mich hier die ganze Zeit. Ich kann nicht gescheit spielen. Das ist hier, wo ich jetzt k였습니다. Also gehört einer meiner Berоротungen an. Die Bode gehen. Zuốn, wenn du kurz drüber ziehst, dann connectorlos gehen. Blatt dreh mich hier. N Container müssen auf mich, wissen Sie, das können hier das Obrig erriesgnen älteren und